stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Milliarden und Millionen mal mein Jesus Barmherzigkeit Barmherzigkeit für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt Milliarden und Millionen mal opfern mir das kostbare Blut und die Blut tränen dem himmlischen Vater auf für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens mit ihren Blut tränen dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat Amen Heiliger Josef, mein Vater Jesu Christi und wahrer Bräutigam der Allerheiligsten Jungen, Frau Maria Bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages dieser Nacht Liebesakte Jesus, Maria und Josef seid uns barmherzig, wir lieben euch rettet alle Seelen besonders die Priesterseelen und die Gottgeweihten mit der großen Bitte diesen Liebesakt mit jedem Atemzug mit jedem Pulsschlag tausendmal wiederholen zu dürfen Amen Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht erf auch uns, eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden Amen Herzenstausch mit Jesus und der Heiligsten Jungen, Frau Maria Allerheiligste Jungen, Frau Maria Tausche bitte mein sündhaftes, wahngemütiges Herz aus gegen dein heiligstes, unbeflecktes Herz damit du in mir wohnen und der Heilige Geist in mir wirken kann Erfühle meine Bitte, du gute und getreue Jesus damit du bald als Friedenskönig über diese Welt herrschen kannst Amen Goldenes Aber, Maria sei gegrüßt, du weiße Lilie der strahlenden und ewig ruhenden Dreieinigkeit du leuchtende rosa himmlische Anmut von welcher der König der Himmel geboren und genährt werden wollte nähere unsere Seele mit göttlichen Einströmungen Amen das mächtigste Heilungsgebet vom heiligen Vater Pio Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst Ich danke dir, dass du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus in diese Welt gesandt hast, um mich zu retten und zu befreien Ich vertraue auf deine Kraft und Gnade, die mich stützt und wiederherstellt Lieber Vater, berühre mich jetzt mit deinen heilenden Händen Denn ich glaube, dass es ein Wille ist, dass es mir gut geht meinem Verstand, Körper, meiner Seele und meinem Geist Bedenke mich mit dem allerkostbarsten Blut deines Sohnes unseres Herrn Jesus Christus von der obersten Stelle meines Kopfes bis zu meinen Füßen Entferne alles, was in mir nicht sein sollte Entwurzle alle ungesunden und abnormalen Fällen Öffne verstopfte Arterien oder Vene und stelle beschädigte Bereiche wieder her und fülle sie wieder auf Entferne alle Entzündungen und beseitige jede Infektion durch die Kraft des kostbaren Blutes Jesu Lass das Feuer deiner heilenden Liebe durch meinen ganzen Körper gehen, um zu heilen und alle erkochen und alle kranken Bereiche zu erneuern Damit mein Körper so funktioniert, wie du ihn erschaffen hast, zu funktionieren Berühre auch meinen Verstand und meine Emotionen Selbst die tiefsten Nischen des Herzens Durchtränke mein ganzes Sein mit deiner Gegenwart Liebe, Freude und deinem Frieden Ziehe mich immer näher zu dir, jeden Moment meines Lebens Vater, ich will mit deinem Heiligen Geist und befähige mich, deine Werke zu tun Damit mein Leben deinem Heiligen Namen Herrlichkeit und Ehre bringt Ich bitte dies im Namen des Herrn Jesus Christus, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Weiben und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder Beflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt in der Stunde unseres Absterbens, Amen Wir bitten dich, o Höchstes Gut, die dreifeltige, brennende Liebe Komme allen Menschen zu gut Begrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir Bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens, Amen Wir bitten dich, o Höchstes Gut, die dreifeltige, blutende Liebe Komme allen Menschen zu gut Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens, Amen Wir bitten dich, o Höchstes Gut, die dreifeltige, blutende Liebe Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir Bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens, Amen Ehre sei der dreifeltigen Liebe von nun an bis in Ewigkeit, Amen Amen Stille Betrachtung zu diesem Gebet Abendgruß zum heiligsten Herzen, Jesus Den letzten Gruß der Abendstunde Sehe ich zu dir, o göttliche Herz In deine heilige Liebeswunde Sehe ich des Tages Freude und Schmerz Oh Herz der Liebe, dir vertraute am Morgen ich die Tagestast Und nicht umsonst ich auf dich baute, vollwohl du mich gesegnet hast Oh habe Dank für deine Güte, die schützend mir zur Seite stand Auch diese Nacht mich treu behüte, durch deines Heiligen Engelshand O göttliche Herz, all meine Sünden bereue ich aus Lieb zu dir Oh lass er mich verzeihen Schenk deine Liebe aufs Neue mir Als Jesu innig ich empfehle auch alle meine Lieben dir Beschütze sie an Leib und Seele, die Gutes je Erwies sie mir In deiner heiligen Herzenswunde Schlafe ich nun sanft und ruhig ein Oh lass sie in der letzten Stunde mir Eine Himmelsforte sein Amen 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 Untertitelung des ZDF, 2020